Doppelpass mit Alex Herzlich 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 Du magst das Hallo Fans, willkommen bei Doppelpass Mit Alex und Stipp Okay, kann ich anfangen? Hallo liebe Fans, willkommen zum Doppelpass mit mir und Alex Wir freuen uns sehr auf alle diese schöne Fragen Oder? Unbedingt Okay, beschreibt mich für unsere Fans, was für ein Typ ich bin Das ist eigentlich eine einfache Frage Okay Du fangst an mit Handball, richtiger Handballprofi Ich trainiere sehr gut und du hast sehr viel Geduld Wie alle schon wissen Und du gibst immer alles, wenn du auf der Platte bist Und als Person, du bist also freundlicher, lustiger und ernster Typ Ich kriege ein bisschen Tränen auch in der Luft Solche Typen braucht jede Mannschaft auf jeden Fall Vielen Dank Okay, dann ist meine Frage Mit wem aus unserem Team verbringst du am meisten Zeit? Ich glaube mit dir Glaubst du? Ja, ich glaube mit dir Ja, ich glaube mit dir Und wegen wir essen manchmal zusammen Und ja Vielleicht noch jemand? Ja, vielleicht mit Antti, ich fahre mit ihm jeden Morgen zum Training So, ja, ich muss ein bisschen zuhören, was er muss sagen und so Ja, ich glaube, ihr zwei Und auch Steini Weil er ist mein Zimmerpartner Und ich lerne viel von ihm Überleben und so Disziplin am meisten Disziplin am meisten Wenn wir Frühstück um 10 Uhr haben, dann steht er 7 Uhr auf Musst duschen, Zähne putzen und bereit sein Und ja Dass er nicht zu spät kommt Ja, die drei Ja, dann du bist dran Ja, mit wem im Team würdest du gerne mal tauschen? Mit mir auf jeden Fall, oder? Weiß ich nicht Du darfst nicht selber die Fragen antworten Nein, aber ich weiß, mein Leben ist perfekt Ich weiß, du würdest gerne mit mir tauschen Ja, okay Mit Leben weiß ich nicht, aber Auf dem Feld Hätte ich gerne mit dem Torwart Probiert Zu tauschen Weil ich glaube, ich bin ein sehr guter Torwart Ja, ich weiß das Du weißt nicht Okay, jetzt bin ich dran, ne? Warum kennst du keine Weihnachtslieder? Ich kenne viele, aber ich vergesse dich immer Ja, schon drei Jahre hintereinander vergisst du alle wieder Ja, das ist schlecht von mir Ist das zu viel Druck für dich, oder? Ich glaube, ich bin ein bisschen nervös dann Und dann vergesse ich alles Und dann rufe ich einfach meine Mama an und sie sagt mir alles, wie das läuft Und dann singe ich mit meiner schönen Stimme Alex, du spielst mit Harald Rankind im Rückraum rechts Beschreib ihn für unsere Fans Oh, Harald ist eigentlich ein Glücksgriff für die Rhein-Neckar Löhn Ein super Spieler mit vielen Perspektiven Und eigentlich kann er alles machen auf dem Feld Ich meine Abwehrangriff und hat sehr guter Wurf und Spielverständnis Und eigentlich ein perfekter Spieler für uns Okay Beschreib doch mal unseren Teamkollegen Marius Steinhauser für unsere Fans Yes Marius ist ein ganz guter Junge Und er ist immer seitlich Alle Termine und so Er trainiert richtig gut, muss man sagen Nein, immer volle Pulle Und jetzt ist er ein bisschen härter geworden, oder? Ein bisschen Badboy geworden Ja, er ist ein bisschen Badboy geworden Er ist kein Junge mehr, also ein richtiger Mann geworden, finde ich Aber jetzt hat man Angst, etwas zu sagen Aber er ist ein ganz guter Junge Und trainiert ganz gut und ist ein richtig guter Spieler Und man kann immer zu ihm gehen und alles sagen Und ihm vertrauen für alles Und er ist ein richtig guter Freund Was fehlt mir noch, um der perfekte Handballballer zu sein? Baller? Handballer? Handballer? Ja, ja, ja Handballer So etwas Ja, puh, nicht viel Also Du bist richtig gut auf deiner Position Einfach Fällt dir noch Ein bisschen Spielpraxis Sonst Du wirst besser und besser, wie ich das sehe Das ist richtig schön von dir Noch mal Wann ich einwählen würde, dann würde ich dich wählen Ja? Zum tauschen mit mir? Nein, einfach so Wann jemand würde mir fragen, mitwinken, kann ich sprechen Ja So, ich weiß, du ein Typ du bist Dann würde ich rufen, Alexander Danke, Stefan Gleichfalls Gleichfalls Nur schöne Dinge Okay